Ja, das Themenjahr Digitalisierung und Salz wird was ganz Besonderes für unsere Stadt, weil das Motto Herkunft trifft Zukunft so wunderbar auch passt. Denn ich glaube, wir befinden uns gerade genau in dieser Phase, wo Zukunft und Herkunft sich gut miteinander vereinbaren müssen. Und dafür steht auch die Freiwilligenagentur für das Thema Ehrenamt und Engagement in Halle. Und das erleben wir jeden Tag, wie wir Tradition und auch Neues gut vereinbaren müssen, weil vieles traditionelle Ehrenamt ganz, ganz wichtig ist. Das wollen wir auch gemeinsam mit unseren Partnern weiterentwickeln bis hin zu neuen Formaten wie digitales Engagement. Und das soll auch unser Schwerpunkt im Themenjahr sein, da neue Akzente zu setzen, neue Kooperationen aufzubauen und viele Menschen zum Mitmachen zu gewinnen, damit Halle noch schöner wird, ob mit traditionellem Ehrenamt mit der Hand gestaltet bis hin zu digitalen Formen, wo man über Laptop, Computer und Co. mitmachen kann und etwas Gutes für unsere Stadt machen kann.